Musik Mord. Mord im Palasthotel. Im Hafen von London stirbt ein Mann. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Ein neuer Höhepunkt der berühmten Serie. Der Mann mit dem Glasauge kommt. Scotland Yard schickt seinen besten Mann. Also meine Damen, ich frage Sie ganz einfach und präzise. Wer von Ihnen hat den Mörder gesehen? Das ist dieser verdammte Schnüffler, der darf dich hier schon gar nicht sehen. Komm hier raus. Halt, häng doch! Du bist so unruhig und nervös, hast du Sorgen? Inspektor Perkins, Zentrale für Inspektor Perkins. Das ist Heroin, Sir Asa. Gedanke, ich schnupfelig. Heroin? Wo haben Sie das her? Ein bekanntes Varieté in London steht im Mittelpunkt eines unheimlichen Kriminalfalles. Mach mit den Puppen, was du willst. Übergib sie dann Ray und Clark. Merken Sie was, Speffer? Denweiger Liberty ist doch der Billardclub-Chef. Genau, also nicht nur Rauschgift, sondern auch Mädchen. Jetzt lassen wir den Verein aber hochgehen, hm? Es geht um Mädchen und Mord. Der Mann mit dem Glasauge trifft mitten ins Herz. Ein echter Edgar-Wallis-Film. Lass sie mich durch! Lass sie mich durch! Lass sie mich durch! Depp an meinen Wagen. Hände hoch, Sie Schwein. Das Ganze war ein Irrtum. Vielleicht will er die Truppe platzen lassen. Bruce! Ich muss dich sehen. Bist du verrückt? Wenn nicht die Polizei hier findet, eines unserer Mädchen ist ermordet worden. In der Artistenpension Prince of Wales. Ich komme sofort zu Ihnen und lassen Sie niemand herein, bis ich da bin. Gib Sie alarm, los! Ein spannungsgeladener Kriminalfilm. In London geht ein Mörder um. Wer wird das nächste Opfer sein? Ich brauche niemanden, der mein Alibi bestätigt. Hast du verstanden? Siehst du, Daddy, das hat man davon, wenn man jemanden decken will. Wen will er decken? Wer ist der Boss dieser gefährlichen Bande? Es kommt ja, tappt im Dunkeln. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Aber meine Damen, ich habe doch nur meine Pflicht. Der Mann mit dem Glasauge wartet auf sie. Er bleibt auf sie. Das war's, ich habe doch auch nur eine Sparte. Beschäftigte zu inventions geil entfernt. Vielen Dank.